Beim Unboxing des neuen K1 Magazins sind selbst wir gespannt. Auf 50 handlichen Seiten veröffentlichen wir Interessantes und Wissenswertes rund um das zentrale Thema Digitalisierung. Mit Wolfgang Bosbach sind wir der Frage nachgegangen, wie weit Deutschland in Sachen digitalen Fortschritt ist und ob wir uns von Estland einiges abschauen können, erfahren wir im Dialog mit Florian Hartleb. Welchen Beitrag MPS mit K1 zum technologischen Wandel in der Kommune leistet, woher wir überhaupt wissen, was die Verwaltung von morgen braucht und warum schon bald die eigene Stimme das Mausklicken am Schreibtisch ersetzen wird, lesen Sie im großen Teil zur neuen Ära des Finanzwesens. Was die Feuerwehr mit MPS zu tun hat? Unsere K1-Macher im Interview. Nicht zu vergessen, unser Erfolg beruht auf Erfahrung. Wir lüften für Sie den Schleier von 40 Jahren Firmengeschichte und warum ein Job bei MPS so viel Spaß macht. Neugierig? Nichts wie los. Das und noch viel mehr lesen Sie ab sofort im neuen K1-Magazin erhältlich hier bei MPS.